Die Ulrichsburg, auch Burg Gross-Rappolstein genannt, ist die grösste und älteste der drei Burgen von Ribovillet. Das erste Mal wird sie im Jahr 1084 als Castrum-Rappolstein erwähnt. Erbaut wurde sie wahrscheinlich auf römischen Fundamenten und war vom 11. bis 16. Jahrhundert die Hauptresidenz der einflussreichen Herren von Rappolstein. Zu den Zeiten von Anselm II. von Rappolstein wurde die Burg 1287 von König Rudolf von Habsburg und 1293 durch dessen Nachfolger König Adolf von Nassau erfolglos belagert. Im 15. Jahrhundert liess Graf Maximins Massmann von Rappolstein die Burg erweitern. 1435 wurde die Schlosskapelle erbaut, welche dem heiligen Ulrich gewidmet ist. Ende des 15. Jahrhunderts war die für ihre Schönheit bekannte Kunigunde von Hungerstein hier im Kerker eingesperrt. Sie wurde beschuldigt, ihren Mann Wilhelm erwürgt zu haben. Die Rappolsteiner verliessen die Burg im Verlauf des 16. Jahrhunderts und zogen in ihr neues Schloss im Renaissance-Stil in Ribovillet um. Die Familie starb 1673 aus. Im Verlauf des Dreissigjährigen Krieges wurde die Burg geschleift und dem Verfall preisgegeben. Auch als Ruine ist die Burg noch sehr eindrucksvoll und der Besucher kann erahnen, wie prunkvoll sie einst gewesen sein muss. Der quadratische Bergfried und die Wohngebäude stammen aus dem 12., der Rittersaal mit seinen neun wunderschönen romanischen Zwillingsfenstern und der grosse Turm aus dem 13. Jahrhundert. In einem der Wohngebäude gibt es einen romanischen Kamin, welcher aus dem 11. Jahrhundert stammt. Zudem bietet der Ort eine atemberaubende Aussicht auf die Region. Untertitelung des ZDF für funk, 2017